...welchen, sage ich mal, negativen Ereignissen geschwuldet, sondern einfach der Tat sind, dass die Forschungsförderung relativ lange Laufzeiten hat, wenn etwas nicht umgesetzt würde, sondern es sind einfach die Zeiten dieser Forschungsförderungsprojekte. Aber gibt es Fragen noch dazu, zum Berichtungsselbst? Wenn es keine Frage gibt, dann bitte ich um ein Zeichen der Rechnungsleuteinverstanden. Dankeschön. Stimmenthalter? Auch keine Somitmhandel. Ah, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Wenn man einen Landtagspräsidenten als Stimmzähler hat, dann normalerweise müssen. Fünf Genehmigung der Abänderungen und entsprechende Änderungen zum Haushalt Bohrenschlag, ja wie immer Fremdigkeit im Laufe des Geschäftsjahres und hier darf ich... Danke, Herr Landeshauptmann. Wie vorhin im Bericht, der bereits hingegangen hat, also eigentlich eine Marginalien, also es handelt sich darum budgetieren, bisher vorgesehen, vor allem auch deswegen, weil diese, weil die Bereiche genau als Spezifizierung erlauben und eben von den neu eingeführten Projekten erregulassen wurden und wir dort wiederum Rückstellungen gemacht haben, auch etwas höher budgetiert wurde, als es notwendig war. Und damit darf ich um die Zustimmung der Versammlung unterfragen. Ja, es handelt sich also letztlich um Umschicht und dort verwendet, wo es größere Notwendigkeiten gibt, insbesondere, dass man sehr viel auch an aktueller, aktuellen Bezugspunkten finden kann, nicht erhungen, die ja auch aus den Unterlagen hervorgehen. Schreiten wir zur Abstimmung. Bitte eine zeigende Zustimmung des Jahresprogramms. Das war das Herz, das war das Herz. Ich habe das in der Verkaufnahme.